Musik Hallo! Machen die hier schon Mittagspause? Hallo! Probier du mal, vielleicht hast du ja mehr Glück. Hallo! Hallo! Ich möchte mein Hemd abholen. Nummer! Keine Ahnung! Steht auf dem Abholschnipsel. Was? Steht auf dem Abholschnipsel! Den hab ich nicht mehr! Hallo! Keine Nummer! Kein Hemd! Was ist denn das für eine Trolla? Blebel leicht, normal oder spezial? Normal bitte, aber eigentlich war er vor mir dran. Mittwoch! Mittwoch! Zweimal spezial und der Kaffee ging trotzdem nicht raus. Toll! Das war mein Lieblingshemd. Muss uns ja besser drauf aufpassen. Hier noch ein bisschen Kaffee und dann ist doch wenigstens symmetrisch. Und wo kriegen wir den her? Und wo kriegen wir den her? Dein Sternzeichen? Krebs. In dieser Woche sollten Sie sich vor unerwarteten Begegnungen in Acht nehmen. Die zweite Wochenhälfte birgt ungeahnte Chancen, aber auch Risiken. Werden Sie sich Ihres Standpunktes bewusst und handeln Sie sich immer nach der Meinung anderer. Glaubst du an den Scheiß? Ich schreib ja. Ja, was bist du? Zwilling. In der nächsten Woche werden Sie sich Ihre Bemühungen im Beruf auszahlen. Sie sollten dabei aber auch auf Ihr privates Leben Rücksicht nehmen, vor allem auf Ihre Ernährung achten. Kannst du die Zahlen genauso gut merken? 0163 917 9090. Ich muss weiter. Wenn du Lust hast, meld dich mal. Wird mich freuen. Sag mal, du kennst nicht zufällig irgendwas Flauschiges zum Übernachten? Kein Hotel für länger, lecker Frühstück und so? Ne? Werd schon was finden. Kein Hotel für länger!